Oh mein Gott, das macht ein Pinguinei. Das ist cool. Pinguine sind einfach mein Glückstier, sie sind mein absolutes Lieblingstier. Während der Chemotherapie haben mir auch die Pinguiner ganz viel geholfen. Das ist einfach was ganz Besonderes, was einem total ans Herz geht auch. Das ist Sarah Schotts emotionale Geschichte. Noch vor fast zwei Jahren war die Ida-Obersteinerin todkrank, sie hatte immer wieder Atemnot, zum Laufen war sie zu schwach. Für mich geht es hier wirklich um Leben und Tod. Eine Spenderlunge rettete das Leben der Mukoviszidose-Patientin. Dieses Leben allerdings ist jetzt erneut bedroht durch eine Krebserkrankung und das in Corona-Zeiten. Doch Sarah Schott will nicht aufgeben. Wir haben sie drei Jahre lang begleitet. Wir fahren jetzt nochmal heim nach der Uni. Rückblick. Vor drei Jahren hängt Sarah Schotts Leben noch an einem Plastikschlauch. Ohne Sauerstoffgerät und die Hilfe ihrer Freundinnen Hanna und Miri schafft sie es nicht zur Koblenzer Uni. Sarah kämpft sich regelrecht zu ihrem Studium. Sie will Lehrerin werden. Papa, ist es jetzt schon so anstrengend? Ja, es ist voll anstrengend hierher zu laufen, also ist ja schon ein kleines Stück. Ich meine, ich kann zwar in der Nähe parken auf dem Gelände hier von der Uni, aber trotzdem muss ich bis zum Gebäude laufen. Und das merke ich. Und ich bin auch froh, dass ich hier die zwei habe, die mich begleiten, weil wenn ich jetzt in meine Tasche noch den Sauerstoff tragen müsste, dann würde ich fünfmal so lange brauchen. Heute ist ein Englisch-Seminar. Ende 2018 ist sie so oft es geht an der Uni. Aber ein normales Studileben mit regelmäßiger Anwesenheit ist nicht drin. Ja, ich lasse mir halt mein Leben nicht irgendwie jetzt durch die Erkrankung so total verbauen, auch wenn es mir dann mal nicht so gut geht. Das Leben ist so schön, hat so viele schöne Seiten und ich versuche die Zeit zu genießen, weil das Leben macht trotzdem Spaß. Sie lebt in Koblenz mit ihrer besten Freundin Miriam in einer WG. Musik Saras Freund Pascal ist da. Er und Miriam kümmern sich um die Patientin zu Hause. Sie braucht täglich mehrmals Infusionen. Wie man sie anlegt, hat sich die Mitbewohnerin von Saras Mama zeigen lassen. Die ist Ärztin. Mittlerweile braucht Sarah auch dauerhaft Antibiotika. Die Freunde sind rund um die Uhr für sie da. Nur so kann sie zu Hause sein. Ich weiß, dass es der Sarah wichtig ist, in Koblenz zu sein. Und wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass sie zu Hause sein kann und bei mir und mit Pascal und wir einfach zu dritt hier alles wuppen, dann gebe ich alles. Sahas Leben hängt in der WG an einem 14 Meter langen Plastikschlauch. Freund Pascal ist fast immer da. Ich finde die Krankheit nicht so wichtig. Ich denke, alle, die Sarah kennen, die wissen, wie Sarah ist. Sie ist einfach ein toller Mensch. Sie ist die erste Freundin, gell? Ja, die erste. Und einzige. Jetzt will ich hoffen. Sarah Schott pendelt zwischen Koblenz, ihrer Heimat Idar-Oberstein und der Uniklinik Gießen hin und her. Ihre Mutter fährt sie gerade dorthin. Seit ein paar Monaten wartet die Tochter auf eine Spenderlunge. In Gießen soll sie transplantiert werden. Sarah Schott hat die Erbkrankheit Mukoviszidose. Zäher Schleim behindert ihre Atmung. Ein Sechs-Minuten-Geh-Test auf ebener Strecke. Für Gesunde ein Klacks. Für Sarah eine Tortur. Das waren knapp 150 Meter. Wenn man sich das vorstellt, das sind Strecken, die man im Alltag natürlich eigentlich immer geht und braucht, die man gehen können muss eigentlich. Auf einem Bein. Ja, genau. Springend auf einem Bein. Mittlerweile verbringt Sarah Schott die meiste Zeit im Jahr in Kliniken. Ihr einziger Kontakt nach außen ist oft nur das Internet. Ihr Instagram-Account. Sie daddelt mit einer Mission. Mir ist es einfach wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen. Sowohl auf Mukoviszidose selber, aber auch eben auf das Thema Organspende. Mich berührt immer, wenn ich irgendwie eine Nachricht von jemandem bekomme, hey, dank dir habe ich mir Gedanken drüber gemacht und ich habe einen Organspendeausweis ausgefüllt. Oder auch du machst mir Mut. Wie schaffst du das? Das gibt mir auch wieder ganz viel Kraft zurück, wenn ich sehe, ich gebe, indem ich meine Geschichte teile anderen Mut und anderen die Kraft, vielleicht auch ihr Leben anders zu gestalten, positiver zu gestalten. Und auch wenn es für dich nicht reicht? Ja, gerade auch das. Frühjahr 2019. Uniklinik Mainz. Der Husten will gar nicht mehr aufhören. Sie bekommt immer schlechter Luft. Als sie die Klinik im Juni verlässt, spürt Sarah, dass sie nur noch ein paar Wochen leben wird, wenn sie jetzt kein Spenderorgan bekommt. Ihre Kraft, ihre Hoffnung und ihr Lebensmut schwinden immer mehr. Ida Oberstein, noch am selben Tag. Alle im Hause Schott werden plötzlich ganz hektisch. Der wichtige Anruf ist tatsächlich gekommen. Die Lunge ist da. Sarah hält den Moment mit der Kamera fest. Ich bin seit drei Stunden zu Hause vom Krankenhaus in Mainz entlassen worden. Und vor fünf Minuten an habe ich einen Anruf aus Gießen erhalten. Das ist der perfekte Moment. Eine Fahrt ins Ungewisse. Mehr als zehn Monate lang hat sie auf diesen Moment gewartet. Sie wusste, dass ihr Leben an diesem Anruf hängt. In der Transplantationsklinik in Gießen ist sie mit ihrer Mama, Doris Schott, um 21 Uhr. Wie verrückt ist denn das jetzt? Ich kann es doch gar nicht glauben. Das ist alles noch ein bisschen offen. Wir bereiten jetzt vor und warten, was auf uns zukommt. Es ist unwirklich. Es ist einfach unwirklich. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass Sarah vielleicht heute Nacht im OP liegt. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ach ja, so weit ist es noch nicht. Der Vater, Jürgen Schott. Und ihr Freund, Pascal. Ich bin für dich fertig, sodass es dir gut geht. Alles gut. Um Mitternacht wird es ernst. Sie hat sich lange darauf vorbereitet. Es fällt ihr immer schwerer zu kämpfen. Dass es einfach immer härter wird. Sie will, dass jetzt was passiert. Weil irgendwann, glaube ich, hat sie auch Angst, dass die Kraft nicht mehr reicht. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschö. 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 Alles gut, tschö. Jetzt geht für alle das lange Warten los. Nichts tun können. Nichts wissen. Unerträglich. Morgens um kurz vor sieben. Es kommt Bewegung rein. Alle sollen zum Aufwachraum kommen. Endlich eine Nachricht vom Transplanteur der Gießener Klinik. Halb acht. Nach den vielen quälenden Stunden können sie Sarah sehen. Ihre Tochter hat den schweren Eingriff überlebt. Fünf Stunden lang hat es gedauert, bis die Lunge eines verstorbenen Menschen nun in Sarah weiterarbeitet. 24 Stunden später. Sarah wird künstlich beatmet. Sie wacht auf. Schmerzen? Alles komisch noch. Aber sonst keine Schmerzen? Stimmt. Drei Tage später besucht Pascal seine operierte Freundin. Die Lunge ist so leise. Sie atmet einfach. Sie ist so verrückt. Du wirst auf die Lunge aufpassen, oder? Das werde ich. Die Lunge ist jetzt ja das, worauf ich am allermeisten achten werde. Mir kommen gerade wieder die Tränen. Das tut mir leid. Die Patientin braucht absolute Ruhe. Ihr eigenes Immunsystem wird ab jetzt durch starke Medikamente geschwächt, damit die fremde Lunge nicht abgestoßen wird. Wir sagen Tschüss. Sarah muss zu Kräften kommen. Und das geht rasend schnell. Nur drei Wochen später kann Sarah ohne fremde Hilfe laufen. Auf dem Klinikgang von damals. Was für ein Unterschied. Sie ist überhaupt nicht atemlos. Gar nichts. Das ist ein Wunder. Es ist einfach ein Wunder, wenn sie rennt und rennt. Sarah Schott und der Laufsteg ihres Lebens. Daheim in Idar-Oberstein. Sarah kann atmen, ist aber nicht gesund. Um überleben zu können, braucht sie 250 Tabletten in der Woche. Was sie im Herbst 2019 noch nicht weiß, diese Medikamente werden ihr Leben ein paar Monate später wieder bedrohen. Also ich nehme jetzt Medikamente, die quasi dafür sorgen, dass mein Körper die Lunge akzeptiert und nicht abstößt. Und dadurch wird mein Immunsystem so ein bisschen runtergefahren. Dadurch bin ich quasi anfälliger für Infekte oder muss eben besonders auf Hygiene achten, auf Keime und sowas. Der Dampf des Inhaliergeräts hilft bei der Heilung. Aber ihre neue Lunge wird nicht ewig halten. Die Durchschnittslebenserwartung sind so fünf, sechs Jahre. Das heißt, quasi die Hälfte der Patienten lebt nach diesen fünf, sechs Jahren noch die andere Hälfte nicht mehr. Ich denke eigentlich kaum dran. Ich genieße jetzt einfach die Zeit, in der es mir gut geht. Ende 2019. Sie testet ihre Lunge bei einer Freundin, nur fünf Monate nach ihrer Transplantation. Das ist absolut verrückt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier springe, dass ich fliege und frei bin. Und ja, einfach wirklich frei bin. Ich habe meinen Schiedlungen gefragt, ob das in Ordnung geht. Und er hat gemeint, ja, solange ich jetzt die drei Seitens mache und ein bisschen vorsichtig bin. Ansonsten meinte er, darf ich. Hallo Leben, was? Genau, hallo Leben und hallo Freiheit. Doch ihre neue Freiheit hat auch immer wieder Grenzen. Sarah Schott muss ihr neues Organ regelmäßig untersuchen lassen, in Gießen. Wir treffen sie Anfang Februar 2020, noch bevor das Coronavirus Deutschland in Angst und Schrecken versetzen wird. Ein Lungencheck unter Narkose. Bis später. Jetzt wird in Sarahs Lunge geschaut. Mit einem Bronchioskop. Ein Reflex. Sarah spürt nichts davon. Die Bronchioskopie gewährt einen Blick in Sarahs Inneres. Hier ist die Beker. Ein sehr schöner Bekund. Die alten Atemwege hier. Hier ist die Nachstelle. Dahinter ist die neue Bekund. Sehr schön aus. Alles frei. Ich bin noch ein bisschen müde. Aber sonst geht es mir gut. Wenn es irgendwie einfach immer, gerade wenn man so am Aufwachen ist, ist es ein schönes Gefühl, einfach atmen zu können. Ich fühle ja, dass es mir gut geht. Und dann gibt es mir eher nochmal die Sicherheit, weil ich davon ausgehe, dass alles gut sein wird. Die guten Werte sind ein Traum für sie. Sarah Schott wäre auf einem guten Weg, wenn ihr Leben nicht schon wieder durch eine Pandemie in Gefahr wäre. Tröpfchenschutz. Ab März 2020 eine wichtige Sicherheitsmaßnahme bei Drehterminen. Sarah Schott wohnt wieder zu Hause bei ihren Eltern in Idar-Oberstein. Alles gut. Treffen wir uns im Garten? Ja, wir gehen im Garten. Wir dürfen sie aber nur aus großer Entfernung treffen. Denn mit ihrer Krankengeschichte ist die 24-Jährige ab jetzt eine Hochrisikopatientin. Das Coronavirus hat bei ihr alles auf den Kopf gestellt. Ich habe mich auch immer so auf diese Freiheit gefreut, einfach mal mich mit Freunden in einem Kaffee zu treffen, in die Stadt fahren, einkaufen gehen. Und jetzt ist das alles wieder plötzlich nicht mehr möglich, weil die Gefahr einfach zu groß ist für mich. Sie lebt deshalb gerade bei ihren Eltern, isoliert sich selbst. Für Familie Schott eine Extremsituation, wie sie sie schon einmal erlebt hat. Denn Sarahs ältere Schwester Miriam, rechts, hatte ebenfalls Mukoviszidose und starb 2009. Ein Grund, sie hatte sich an dem Schweinegrippevirus infiziert. Jetzt ist Sarah in Gefahr durch das Coronavirus. Gibst du Angst? Ja, also wenn was passieren würde, hatte ich riesige Angst. Es kann passieren, dass ich dann daran versterbe. Die Krankheit Covid-19 könnte bei ihr eine schwere Lungenentzündung verursachen. Wenn ich eine Lungenentzündung bekomme, ist das einfach sehr, sehr schlecht, weil die Lunge an sich ist zwar jetzt gesund in dem Sinne, aber durch die Operation spüre ich zum Beispiel den Schleim in der Lunge nicht so gut, kann den nicht so gezielt abpusten wie ein gesunder. Und das verschlimmert die Lungenentzündung dann ganz, ganz schnell. Und dann weiß man eben nicht, ob ich das überstehe, ob ich das überlebe. Sie muss das Virus auf Distanz halten. Denn das, was sie hinter sich hat, will sie nicht noch einmal erleben. Ja, das ist irgendwie schon einfach eine beängstigende Vorstellung, wenn man nicht weiß, wie lange muss man jetzt diese Isolation hier durchstehen. Kurz vor Ostern 2020. Sie versucht sich ihr Leben so schön wie möglich zu machen. Mit Fahrradtouren in der Heimat. Aber sie hat schon eine Weile Bauchschmerzen. Erst leichte, dann schwere. Worauf sie dringend in die Uniklinik nach Mainz muss. Ihr Vater filmt sie dabei. Sarah hat die Schmerzen nicht mehr ausgehalten und ist am Darm notoperiert worden. Das Ergebnis muss sie erst einmal verkraften. Sie bleibt aber wie immer positiv. Ich wurde ja am Bauch operiert. Wir sind eigentlich so von einer Entzündung ausgegangen. Und in der OP hat man dann halt festgestellt, dass es sich um ein Lymphom handelt, also um Krebs. Und das war dann natürlich einfach komplett unerwartet. Man wacht dann quasi auf und bekommt so eine Diagnose. Das war natürlich irgendwie erstmal ein großer Schock. Ihre vielen Medikamente, die sie zum Schutz ihrer Lunge braucht, die sie am Leben halten, haben diesen Tumor im Darm mit verursacht. Jetzt ist ihr Leben erneut in Gefahr. Bei der Mutter in Idar-Oberstein. Was muss diese Familie noch aushalten? Reicht es denn nicht irgendwann mal? Das war im ersten Moment so unfassbar, dass sowas jetzt noch kommt. Und ja, man wollte es eigentlich gar nicht glauben, dass sowas jetzt passiert ist. Wir haben diese Diagnose bekommen, aber es war schon ein Schlag ins Gesicht, muss man schon sagen. Wie kann man da so positiv bleiben? Vielleicht, weil diese Sorgen Alltag sind im Hause schon. Die Mama hat einen Termin mit ihrer Tochter in der Klinik, online. Hi! Hallo, Mama! Hallo, das ist aber schön, dass ich nicht so wehe. Und hast du heute Nacht auch gut geschlafen? Ja, eigentlich schon. Ich war halt früh wach, irgendwie um sechs oder so. Aber ich habe dann auch irgendwann nochmal geschlafen. Weil dadurch, dass ich hier keine Vorhänge habe, wird es halt so früh hell. Ja, das ist ja echt ein Ding. Sarah holt sich auch alle anderen Kontakte ins Krankenhaus. Mach's gut, Sarah, tschüss. Ja, du auch. Ciao. Ihre beste Freundin Miri aus Koblenz etwa. Hi! Oh, endlich! Wir sehen uns. In Bewegtbild. Boah, du bist aber ganz schön krass verkabelt. Ja, hör mal raus, wie's dir geht. Gestern war mir total schlecht den ganzen Tag, und heute habe ich eigentlich keine Übelkeit mehr. Du siehst aber auch voll fit aus. Ja. Wenn ich nicht gerade Schmerzen habe, geht's dann. Deine Haare noch mal style, die sind ein bisschen vorgestellt. Krankenhaus-Style ist das. Halb die Ohren steif, ne? Auch. Ciao, ciao. Ciao. Das ist echt so ein Teufelskreis. Wir wissen alle, dass sie auch immer noch krank ist, auch mit der neuen Lunge. Und dass sie auch nie gesund sein wird. Und wenn dann Corona kommt, denken wir uns alle so, okay, das ist Mist, das ist totaler Mist. Aber auch das wird sie überstehen. Und dann kommt so das Schicksal und setzt noch einen drauf und fordert sie nochmal heraus. Dankst du sie? Ich finde Angst ist irgendwie so ein Wort, dass ich überhaupt nicht leiden kann. Also ich mache mir Sorgen um sie. Unsere Freundschaft ist auf jeden Fall sehr tief. Wir kennen uns sehr gut. Es war schon immer so, dass Sarah zum Beispiel mir Mathe-Nachhilfe gegeben hat. Und ich habe dafür in der Schule ihr Sauerstoffgerät getragen. In der WG in Koblenz ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. Sarahs Pinguine warten auf sie in ihrem Zimmer. Und ihr Freund Pascal. Ihre Liebe hält in diesen schweren Zeiten. Auch auf Distanz. Pascal führt seine Freundin online durch ihr Pinguin-Zimmer. Ein und? Ach Gott, habe ich so viele Pinguine in Koblenz gelassen. Weihnachtskugel-Pinguine? Pinguine. Awww. Kuschelkeks. Den vermisse ich besonders. Danke, Kuschelkeks. Ja, guck mal. Danke. Wohin ging's? Mein Papa ist mal raus auf den Balkon und lässt uns mal allein. Na, da können wir ja auch nicht überdrehen. Ja. Ach, Schatz, ich vermisse dich. Ich dich auch. Da kommt eine Menge auf die Sarah zu und es tut mir so leid, dass ich da in dem Moment wahrscheinlich nicht da sein kann. Aber dann aus der Ferne kann ich auch nicht viel machen, um die Sarah zu trösten, wenn sie dann traurig ist oder Schmerzen hat oder sowas. Da fühlt man sich einfach so machtlos. Die erste Krebstherapie. Antikörper. Hilft nicht. Der Tumor wird größer. Jetzt bekommt Sarah eine starke Chemotherapie. Wie wird sie die kräftezehrende Chemo überstehen? Ihr Immunsystem ist durch die Tabletten nach der Transplantation stark reduziert. Um den Krebs jedoch besiegen zu können, braucht sie eine gute Immunabwehr. Das ist der Balanceakt. Ida Oberstein, Juni 2020. Sarah verliert durch die Chemiekeule ihre Haare. Sie hatte sie noch mal lila gefärbt. Ich werde sie mir dann morgen wahrscheinlich abrasieren, weil es macht keinen Sinn mehr. Sie fallen jetzt aus. Ich merke das. Ich habe mal die Bürste aufgehoben. Das ist quasi von jetzt nach dem Duschen einmal durchkämmen. Ich mache es jetzt. Ja. Boah. Weil es auch keinen Spaß macht, so zu gucken, wie die Haare ausfallen. Ich meine, ich liebe meine Haare. Ich meine, ich habe es noch drehen. Überrasieren vom Gefühl aus. Ich kann immer noch trauen machen. Dann ist es so unangenehm, als wenn man von beiden Seiten kommt. Möchtest du uns mal zeigen? Ja, kann ich machen. Mein kleiner Klatzkopf. Aber man gewöhnt sich auch dran. Es ist schon noch super ungewohnt. Und wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich so, wie ist das? Nur jetzt sieht man halt ganz doll, dass du halt auch noch Krebs hast. Die Haare ab, das macht es vor allem bei einer jungen Frau einfach sichtbar, dass man eben da mit einer Erkrankung kämpft. Und irgendwie fühlt es sich dann auch einfach noch mal intensiver an. Das auf jeden Fall. Aber andererseits ist es auch eine Kampfansage. Der Tod ist jetzt für dich auch keine Option. Du denkst auch gar nicht dran. Nee, also ich muss ja ehrlich sagen, jetzt wo ich so eine tolle Lunge habe wo noch so viel Vorhab und so viel Lebensenergie in mir drin ist, ist der Tod auf gar keinen Fall eine Option. Sarah hofft, dass ihre Lunge lange mitspielt und testet sie täglich. Das sind quasi drei Liter, die ich da jetzt auspuste. Ach genau, drei Liter. Vor der Transplantation waren es, meine ich, noch 0,4 Liter, also ein Bruchteil von dem, was ich jetzt atmen kann an Luft. Wie gut die Lunge mich jetzt durch die letzte schwere Zeit getragen hat, meine zwei große Bauch-OPs, die Lunge hat das alles so gut mitgemacht. Und hat mich da auch durchgetragen und mir enorm geholfen, wieder fit zu werden. Und trotzdem sind diese Medikamente da verantwortlich, dass du jetzt ein Krebs hast? Ja, genau. Also, meine natürlich, ohne die Transplantation, ohne die notwendige Immunsuppression hätte ich kein Krebs bekommen. Aber ohne die Transplantation wäre ich jetzt auch vermutlich nicht mehr am Leben. Und dann kämpfe ich lieber gegen den Krebs und besiege den, anstatt jetzt schon unter der Erde zu liegen. Sie backt einen besonderen Kuchen für einen besonderen Tag. Wir feiern, dass ich eben vor einem Jahr ein neues Leben geschenkt bekommen habe, eine neue Lunge geschenkt bekommen habe. Und das macht der Kuchen irgendwie nochmal sichtbar, dass wir eben wirklich, ja, Danke sagen, dass ich diese Chance erhalten habe. Ich bringe den Kuchen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Juni 2020, genau ein Jahr nach der lebensrettenden Operation. Das Organ zu feiern, ist üblich bei Transplantierten. Sarah hat jetzt zweimal im Jahr Geburtstag, heute ihren ersten Lungengeburtstag. Wie schmeckt denn Lunge? Süß, hoffe ich. Wieder ein Tag, den Familie Schott nicht vergessen wird. Ein Jahr Leben heißt aber auch, dass vor zwölf Monaten ein Mensch verstorben ist. Sarah schreibt der Spenderfamilie und sagt Danke. Mir ist es einfach ganz wichtig zu sagen, hinter meinem Leben jetzt steht eine Person, ein Mensch. Und das möchte ich auch niemals vergessen und das möchte ich irgendwie auch würdigen. Und dann ist es mir auch einfach ein Bedürfnis, diese Gefühle, die man damit verbindet, dass eigentlich eine völlig fremde Person einem das Leben geschenkt hat, irgendwie zum Ausdruck bringen. Ein direkter Kontakt zwischen der Spenderfamilie und Sarah ist nicht vorgesehen. Dieser Brief wird den Angehörigen des verstorbenen Menschen über die Deutsche Stiftung Organtransplantation zugeschickt. Wir treffen Sarah Schott wieder Ende September. Der Opel Zoo im Taunus hat Sarah eingeladen. Ihre Familie ist mit dabei. Sarah hat die kraftraubende Chemotherapie gerade abgeschlossen. Was für eine Belohnung. Ich habe sie vorbeischwimmen gesehen, da hinten. Wirklich? Ja. Ja, ich fühle das. Sie sind da. Da. Pinguine. Pinguine sind mir einfach so wichtig. Und ja, ich freue mich einfach immer, wenn ich einen Pinguin sehe. Dann strahle ich nur noch so Glück und freue mich. Und dann jetzt hier nochmal nach langer, langer Zeit bei echten Pinguinen zu sein, ist was ganz Besonderes. Und auch gerade so während der Chemotherapie haben mir auch die Pinguine ganz viel geholfen. Da habe ich mich dann schon die ganze Zeit in der Therapie immer auf diesen Ausflug hier heute gefreut. Das sind halt so Momente, die uns momentan richtig froh machen nach all dem, was in den letzten Wochen, Monaten war. Und das genießen wir heute auch. Natürlich gibt es Nebenwirkungen bei der Chemo. Zeitweise gab es Tage, wo sie wirklich ganz fertig war, wo sie einfach auch nicht mehr wusste, was mache ich mit dem Tag heute. Aber sie hat sich immer wieder daraus gekämpft. Kann man als Mutter da so cool bleiben? Nicht cool bleiben, man muss mitgehen. Das ist mein Kind und ich gehe mit ihr. Das kommt irgendwann wieder. Oh, süß. Das war so süß. Das war so süß. Die sind alle zu mir gekommen. Spätsommer. Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter im Griff. Maskenpflicht überall. Die Hochrisikopatientin Sarah Schott muss sehr aufpassen. Aber mehr als Corona gefährdet sie ihr Lymphdrüsenkrebs. In zwei Wochen ungefähr werde ich das Ergebnis erfahren. Und ich hoffe sehr, sehr, dass es dann überstanden ist und auch nie wiederkommt. Und dann, ja, alles wieder gut ist hoffentlich, genau. Also ich glaube, es wäre jetzt schon für mich schlimm zu erfahren, dass es nicht weg ist und irgendwie wieder weitertherapiert werden muss. Einfach, weil ich mich grundlegend eben auch gut fühle. Man spürt den Krebs ja in dem Sinne gar nicht. So, dann gehen wir. Zurück in Idar-Oberstein. Es ist Herbst 2020. Mittlerweile hat Sarah neben der Uni mit ihrer Freundin Hannah einen Online-Shop. Sie produzieren T-Shirts, Kuscheltiere und verkaufen sie für den guten Zweck. Pinguine fressen Krebstiere. Was für ein Motto. Sicher ist diese Arbeit auch Ablenkung für sie, denn die Chemotherapie hat nicht angeschlagen. Der Tumor ist größer geworden. Wir sind am Anfang, glaube ich, schon erstmal in so ein Loch gefallen, weil damit auch keiner gerechnet hat. Und ja, jetzt schaue ich eigentlich schon wieder optimistisch in die Zukunft. Ich meine, ich habe noch Therapieoptionen und hoffe darauf, dass das dann damit nochmal anschlägt. Die emotionale Achterbahnfahrt der Sarah Schott geht weiter. Den Krebs hat sie in ihrem Shop zum Thema gemacht, auf kleinen T-Shirts. Der Krebs wird einfach platt gemacht. Das ist ihre große Hoffnung. Sie sehnt sich nach einem ganz normalen Leben. Kommt die Haare wieder? Ja. Ja? Zeig mal. Ein kleiner Pflaumen wächst. Ja, also ist schon ein bisschen angezüchtet. Ich hoffe auch deshalb sehr, dass ich keine Chemo mehr brauche. Das weiß man natürlich auch nicht endgültig. Aber aktuell darf ich sie erstmal noch behalten und weiter züchten. Sie packt Organspendeausweise in die Päckchen. Ein Muss in ihrem Fall. Sie bieten Kuscheltierpatenschaften an. Beide verdienen nichts daran. Mit dem Geld, das sie einnehmen, kleiden sie die Kuscheltiere ein und spenden sie. Der Kinderstation der Klinik in Idar-Oberstein etwa. Wir haben auch schon immer Rückmeldungen aus den Kliniken bekommen, dass die Kinder sich immer total gefreut haben. Also das Schönste, was ich immer so gehört habe, dann war mal eine Nachricht. Ja, wir haben die im Untersuchungszimmer gelagert und da wird halt dann auch gepikst oder was nicht so Schönes gemacht. Und dann kriegen die Kinder am Ende, dürfen die sich da ein Kuscheltier aussuchen und dann gehen sie mit einem Lächeln wieder aus dem Untersuchungszimmer raus. Hallo. Hallo. Ich schalte es mal ein bisschen tiefer. Da sind Pinguine und Giraffen drin. Schau mal, was dir besser gefällt. Du darfst noch ein bisschen wühlen. Ist alles kein Problem. Dann sagen wir vielen Dank. Vielen Dank. Sarahs Elternhaus. Mitten im Corona-Lockdown Anfang Dezember. Die Mama als charmantes Corona-Bollwerk. Denn jeder, der zu Sarah ins Haus möchte, wird von Sarahs Mutter, die Ärztin ist, getestet. Auch wir vom Fernsehen. Ich muss ganz tief, leider. Das wäre ein Horror, wenn sie infiziert werden würde. Ihr Immunsystem ist stark runtergefahren und sie ist natürlich so einem Virus dann ziemlich hilflos ausgeliefert. Und deshalb machen wir die Tests. Es wird wieder ein Geburtstag gefeiert. Happy Birthday to you. Jetzt ein richtiger. Happy Birthday to you. Ach, der ist aber schön. Heute mal 25. Ach, nicht fünf. Nee. Ich dachte, du bist fünf. Das ist jetzt eine Kuscheldecke, die da drin ist. Oh, da steht hereingewatschelt drauf. Oh. Oh. Wie schön. Hereingewatschelt. Das ist cool. Das gefällt mir. Zum Teil erinnert das einen schon so ein bisschen an Kindergeburtstag. Oh. War ich schon koschelig und flauschig? War ich schon den Freunden. Anfang Januar. Es geht wieder mal nach Gießen. Ein wichtiger Tag. Freie Fahrt. Drei, fünf Stunden, eine Woche oder so. Dann wird es ernst. Sarah ist in den vertrauten Gängen der Uniklinik Gießen unterwegs. Sie beginnt ihre nächste Krebstherapie mit einem Corona-Test. In dieser Kühlbox bei minus 35 Grad liegt hoffentlich die Rettung. Immunzellen. Sogenannte T-Zellen, die aus dem Blut eines Spenders gewonnen wurden, sollen den bösartigen Krebs erkennen und besiegen. Jetzt merkst du ein bisschen irgendwie so den Geschmack. Genau. Das passiert mal gar nicht so selten. Dass man so ein bisschen metallischen Geschmack hat. Dr. Tobias Arnold behandelt sie mit dieser neuartigen Therapie. Wir treffen ihn vor der Klinik. Man sucht einen Spender, also einen fremden Menschen, der ganz viele T-Zellen besitzt. Man muss dann auch schauen, dass dieser Spender für die Sarah passt. Und dass diese T-Zellen nicht irgendwie die Sarah selbst angreifen, sondern dann nur dieses Lymphom. So, das war's. Die Zellen sind drin. Und dann mal gucken, was sie für Arbeit leisten. Die Alternative ist eine autologe Stammzelltransplantation. Das heißt, zuerst eine Hochdosis Chemo und dann meine eigenen Stammzellen. Also ich wäre in dem Fall mein eigener Spender. Aber es wäre halt wirklich eine heftige Chemo mit vielen Nebenwirkungen, auch auf die anderen Organe und allem. Und dann quasi ein Neustart des Immunsystems. Da sind wir jetzt noch nicht. Und deshalb hoffen wir einfach ganz, ganz doll, dass mir das erspart bleibt. Ende Januar lernt sie schon wieder Französisch für die Uni. Währenddessen bekämpfen in ihrem Körper die T-Zellen den Krebs. Sie spürt von diesem Kampf nichts. Es war eine Lebensspende. So könnte wieder ein unbekannter Mensch Sarahs Leben retten. Sie genießt den ersten Schnee im Hunsrück, Anfang Februar. Sarah ist jetzt seit fast einem Jahr in Idar-Oberstein. Sie will aber zurück in ihr altes Leben, zurück in die WG, selbstbestimmt sein. Sie skypt mit Freundin Miri. Nee, freu ich mich wirklich jetzt. Also, die Zeit. Ich hab meine Spitzen geschnitten. Und selber? Ja, ey, der Friseur hat zu. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass ich demnächst mal zum Friseur gehen darf, wenn's wieder geht. Hammer, die Haare kommen wieder. Das ist cool. Dann kann man bald jede Frisur ausprobieren. Haargel rein, alles vorstellen. Das geht ja mit der Länge. Ich hab ein bisschen Angst. Ich könnte mir vorstellen, mal so einen Irokesen zu machen mit ganz viel Haargel. Einfach mal so alles hochstellen. Einfach mal ausprobieren. Sarah, ist das was? Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Mitte Februar in Koblenz. Sarah ist trotz steigender Corona-Zahlen in die WG zurückgezogen. Hallo, komm rein. Wir dürfen hereinwatscheln, aber nur, weil wir uns vorher schnell getestet haben. Wir müssen sie schützen. Die beiden besten Freundinnen nach einem Jahr wieder zusammen. In der engen Küche, aber nur mit Maske. Es ist für uns auch völlig okay, Rücksicht zu nehmen. Also, wenn die Miri jetzt quasi gesagt hätte, boah, nee, ich hab überhaupt keinen Bock, hier jetzt irgendwie einen Mundschutz aufzuziehen oder ständig zu lüften, dann wäre das nicht gegangen. Aber sie ist bereit dazu. Sie sagt, ey, hallo, ich mach das sowas von, weil du kommst wieder. Und das ist mir viel wichtiger, als dass ich dann ab und zu mal einen Mundschutz in der Wohnung hier aufhabe. Anders würde es nicht funktionieren. Nein, aber so klappt es. Ich mach die Tür auf, ja? Ja. Dass es irgendwie so viel mehr wert ist, dass Sarah jetzt hier ist. Und dann macht man sich halt auch mal so ein bisschen die Umstände und schränkt sich auch so ein bisschen ein. Weil einfach das, was man dadurch dann wiederbekommt, einfach viel mehr ist, einfach dieses Zusammenleben, WG-Leben haben. Pascal ist zu Besuch. Sie alle drei passen wie schon immer auf sich auf. Das ist Routine für sie. Testen sich auch immer wieder. Eine Corona-Impfung für Sarah ist im April geplant. Aber es ist nicht sicher, ob das Vakzin anschlägt. Ihr Immunsystem ist zu schwach, um Corona-Antikörper zu bilden. Danke für den Beruf. Drecksau heißt das Kartenspiel. Drecksau. Drecksau. Auch Drecksau. Ich mach die Tür zu, du kommst noch nicht. Es wirkt alles so unbelastet in ihrer WG. Wenn da nicht noch der Krebs wäre. Mitte Februar. Es ist wieder ein wichtiger Tag für Sarah. Pascal begleitet sie nach Gießen. Wie ist die Anspannung? Ja, die ist schon da, weil einfach jetzt viel von diesem Untersuchungsergebnis heute abhängt. Und natürlich habe ich Angst, dass es schlecht ausfällt und noch ganz andere Sachen auf mich zukommen werden. Ich glaube zwar daran, dass es gut wird und habe auch die Hoffnung, dass es jetzt endlich mal gute Nachrichten gibt zur Abwechslung. Aber irgendwo hat man halt doch im Kopf dieses, was ist, wenn jetzt nichts Gutes bei rauskommt. Was ist dann? Ja, was ist, wenn auch diese Krebstherapie nicht angeschlagen hat? Heute bekommt sie die Ergebnisse in der Uniklinik Gießen, ob die T-Zellen in ihrem Körper ihren Job gemacht, den Krebs besiegt haben. Ich bin nervös. Hoffentlich geht das alles gut aus, denkt sie. Vor den Konsequenzen hat sie Angst. Auch ihr Freund Pascal ist angespannt. Er wartet auf Nachrichten von ihr. Die hat mir ein Foto geschickt, wie sie sich oben schon eingerichtet hat in ihrem Bett. Sie daddelt und hält auch ihre Follower auf dem Laufenden per Insta-Story. Haben denn Gedanken, dass es nicht gut ausgeht, haben die Platz in deinem Kopf? Also ich versuche es wegzuschieben, diese Gedanken. Die sind natürlich da. Die werden auch bleiben, bis die Sarah mir schreibt, es ist alles gut gegangen, Therapie klappt. Du hoffst, gell? Ich hoffe. Wir sind jetzt fertig. Ich bin nervös, ich gehe zu. Und dann werde ich mit meinem Arzt mir die Bilder anschauen. Und bin super gespannt, was man darauf sehen wird oder was man nicht darauf sehen wird. Bei diesem entscheidenden Gespräch dürfen wir nicht dabei sein. Sie hat mir geschrieben, dass das Arztgespräch stattgefunden hat. Das kann jetzt vieles heißen. Das kann heißen, dass es super gelaufen ist. Da ist gar nichts mehr, krebsfrei und alles. Es kann auch sein, dass er gemerkt hat, dass es viel größer geworden ist. Und deshalb ist diese Entscheidung so schnell gegangen. Das kann jetzt alles bedeuten, aber diese Information macht einen nur noch hibbeliger, weil man jetzt nicht weiß, was rauskommt. Oh, sie ist fertig. Jetzt geht's los. Ich bin sehr nervös. Und du weißt wirklich nicht nichts? Ich weiß gar nichts. Hast du nichts geschrieben? Nein. Sehr gemein. Gar nichts hat sie verraten. Was kommt raus? Erzähl. Ja, soweit okay. Also es ist weniger geworden. Ach, das ist gut. Es ist weniger, aber es ist noch da. Also weg ist es nicht. Aber wir können erst mal mit dem T-Zellen weitermachen. Ach, Quatsch. Das ist schön. Ja. Das ist das Wichtigste gewesen. Da ungefähr sitzt das Ding. Das ist das erste Mal ein Befund, wo man sieht, die Therapie hat was gebracht. Es hat sich was verändert und zwar in die richtige Richtung. Ich bin echt jetzt einfach froh und erleichtert, dass das so jetzt erstmal ist und weitergehen kann. Und nichts anderes kommen muss. Endlich ein bisschen Hoffnung. Wir wünschen uns für die Sarah, dass sie das schafft und dass die Therapie am Ende hilft, gesund zu werden. Und die Chance ist auf jeden Fall da. Aber wie viel die jetzt genau ist, das kann man nicht sagen. Das bedeutet jetzt fürs Erste, dass ich meine Haare weiter züchten darf und die weiter wachsen dürfen, weil es erstmal keine Chemo bedeutet. Sie macht das toll, aber es ist auch nicht selbstverständlich. Es ist auch die Erfahrung, dass man wirklich mit dem Tod konfrontiert wird, die dann das Leben einem viel wertvoller erscheinen lässt. Was viele Menschen ja nie erlebt haben, bis sie am Ende dann doch mal damit konfrontiert werden. Wenn sie älter sind, so hat es die ja Safara ganz früh erlebt. Und ja, meine Haare wachsen und das ist toll und das freut mich und macht mich glücklich. Dann schnell zurück nach Koblenz. Sarahs langes Hoffen. Natürlich wünsche ich mir jetzt, dass der Krebs komplett besiegt wird. Ich hoffe einfach, dass es in meinem Leben in dem Sinne ruhiger wird, was Krankenhaus und Medizin angeht und dafür noch mehr Studium, Uni, Freundschaft, Liebe passiert. Und ganz vor allem wünsche ich mir, dass ich noch ganz lange ganz viel Luft habe und mir der Atem nie ausgehen wird. Danke, danke. Danke, danke. Untertitelung des ZDF, 2020